DW Deutsch lernen mit dem Deutsch-Trainer Escucha y repite El pan Das Brot Un pan, por favor Ich hätte gerne ein Brot El queso Querría comprar queso Ich möchte queso kaufen El arroz Der reis ¿Tiene arroz? ¿Haben Sie reis? Los fideos Die noodles ¿Dónde están los fideos? Wo finde ich Nudeln? El yogur Der yogur El huevo Das ei Querría seis huevos, por favor Ich möchte sechs eier, bitte La mantequilla Die butter El embutido Die wurst Querría cien gramos de embutido Ich hätte gerne 100 Gramm wurst La carne Das Fleisch Querría medio Kilo de carne Ich möchte ein halbes Kilo Fleisch La carne La carne de vaca Das rindfleisch La carne de cerdo Das schweinefleisch El pollo Das Hähnchen El pescado Der Fisch Die W.com Slash Deutsch Trainer Die W.com